Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Tutorial zum Thema Adobe Premiere Pro in der Version 2019. Heute soll es um das schöne Thema Keyframes gehen. Keyframes hat sicherlich jeder schon mal gehört. Doch was sind Keyframes eigentlich? Keyframes sind nichts weiter wie Ankerpunkte oder generell Punkte in der Timeline eines spezifischen Videoclips, mit welchen ich bestimmte Aktionen starten oder auch beenden kann. Zum Beispiel eine Zoom-Fahrt. In unserem jetzigen Beispiel möchte ich diesen Videoclip mit dem Krebs ab einer bestimmten Position hineinzoomen, sodass der Krebs etwas größer dargestellt wird und ab einem bestimmten Punkt möchte ich wieder herauszoomen aus meinem Videoclip. Und anhand dessen erkläre ich euch, wie ihr dieses mit den sogenannten Keyframes umsetzen könnt. Das könnt ihr natürlich auch auf viele, viele andere Effekte anwenden, auch für Audio, für Bilddateien und so weiter und so fort. Aber jetzt erstmal als Grundlage eine einfache Zoom-Fahrt konfigurieren. Wie machen wir denn das Ganze? Wir gehen hier unten in unsere Projekt-Timeline. Ich habe hier einfach ein paar Videoclips aneinandergereiht aus einem alten Projekt und möchte jetzt für diesen spezifischen Clip, den ich hier schon markiert habe, eine Zoom-Fahrt konfigurieren. So, wie machen wir das? Wir wechseln zunächst einmal in die Effekteinstellung. In den Effekteinstellungen habt ihr hier auf der linken Seite die einzelnen Videoeffekte, die FX-Effekte, die ihr anwenden könnt. Bewegungseffekte, Deckkraft, Farben, Zeitverzerrung und so weiter. Wir möchten heute aber einfach erstmal über den Bewegungseffekt sprechen. Das heißt, da gehen wir rein und klappen uns den auf. Jetzt erkläre ich euch hier aber erstmal die Effekteinstellungen in Gänze. Ihr habt hier auf der linken Seite, wie gerade angesprochen, eure Videoeffekte. Und hier habt ihr eine Timeline. Und diese Timeline ist quasi oder repräsentiert die Timeline für den ausgewählten Clip, den ihr hier unten habt. Wenn ich hier unten mit dem Marker in der Timeline hin und her fahre, seht ihr, bewegt er sich auch hier oben in der Effekteinstellung. Das heißt, hier ist die Timeline nur für den ausgewählten Clip. Hier am Anfang ist der erste Frame von dem Clip und am Ende ist der letzte Frame von dem selektierten Clip. Wir möchten jetzt eine Zoom-Fahrt konfigurieren. Das heißt, ich muss jetzt in meiner Timeline den Punkt zunächst festlegen, ab welchem die Zoom-Fahrt beginnen soll. Dann, wie lange möchte ich hineingezoomt bleiben. Und ab welchem Punkt möchte ich mit dem Herauszoomen wieder beginnen. Und wann ist meine Zoom-Fahrt beendet. Das sind jetzt quasi vier Keyframes, die wir innerhalb der Timeline für den Clip definieren wollen. Wie machen wir das denn? Als erstes suche ich mir die Position bzw. den Frame aus, ab welchem ich mit der Zoom-Fahrt beginnen möchte. Ich möchte das nicht gleich am Anfang haben. Ich gehe ein paar Frames weiter. Und kann jetzt in den Skalier-Effekt hinein wechseln. Ich klappe den einfach mal auf und setze jetzt meinen ersten Keyframe, indem ich hier auf diese kleine Stockuhr klicken kann. Wenn ich da draufklicke, seht ihr, hat sich jetzt hier der erste Keyframe gesetzt. Dieser Keyframe hat im Moment einen Wert von 100. 100 repräsentiert einfach den Ursprungszustand, also nicht skaliert. 100% unskaliert. Ich kann jetzt, wenn ich hier reinklicke, könnte ich per Tastatureingabe den Wert verändern. Oder aber ich kann auch mit der Maus, wenn ich gedrückt halte, nach rechts und links die Skalierung anpassen, wie ihr seht. Ich kann herauszoomen. Gut, dann wird das Bild natürlich klein und ich kriege schwarze Ränder. Oder aber ich möchte jetzt hineinzoomen. Das ist ja das, was wir machen möchten. Das heißt, was wir jetzt aber noch nicht machen ist, wir definieren hier keinen Wert. Denn dieser Punkt, der erste Keyframe, ist mein Punkt, an dem ich starte mit dem Hineinzoom. Und ich starte von dem Standardwert 100. Jetzt definiere ich, ab welcher Position ich komplett hineingezoomt haben möchte auf meinen Wert. Wie mache ich das? Ich gehe mit dem Marker an die Position, wo ich komplett hineingezoomt sein möchte. Und gehe jetzt hier wieder auf den Standardwert und ziehe ihn nach rechts mit der Maus, mit gedrückter linker Maustaste. Und kann jetzt den Zoomfaktor bestimmen, wie weit ich hineinzoomen möchte. Beachtet, je nachdem mit welchen Video-Einstellungen ihr kommt und welches Ausgangsmaterial kommt, zoomt nicht zu weit rein. Die Qualität nimmt sonst rapide ab. Ich komme jetzt hier mit einem 4K, mit einem 4K-Rohmaterial in einer 1080p-Timeline. Das heißt, da habe ich ein bisschen Raum für den Zoom. Aber beachtet das bei euch. Spielt ein bisschen rum, wie weit ihr reinzoomen könnt, ohne dass die Qualität zu arg leidet, wenn ihr nur mit Full-HD-Footage arbeitet. Aber das sind Erfahrungswerte. Und je nachdem, was für euch reicht. Ihr könnt damit ein bisschen rumspielen. Probiert es einfach aus. Es soll ja erstmal nur klarstellen für euch, wie funktionieren Keyframes. Okay, ich definiere jetzt mal den Punkt, wie weit ich hineinzoomen möchte. Wir sagen mal hier, bis 140 zoomen wir rein. Und jetzt haben wir hier schon zwei Keyframes in unserer Timeline. Das heißt, der linke ist der Keyframe, ab wo die Zoomfahrt beginnt. Und der zweite Keyframe ist der, bis wohin ich hineinzoomen möchte. Ich spiele jetzt mal den Clip einfach ab. Ich gehe an den Beginn der Timeline und drücke die Leertaste auf der Tastatur zum Abspielen. Und wie wir sehen, hat die Zoomfahrt wunderbar funktioniert. Und jetzt bleibt der Clip aber auch eingesoomt, weil ich noch nicht den Rauszoomen oder die Rauszoom-Aktion gestartet habe. Ihr könnt aber, wenn euch hier die Zoomfahrt ein bisschen zu lange dauert, ihr möchtet, dass das Hineinzoomen schneller funktioniert, dann könnt ihr ganz einfach den letzten Keyframe, den ihr erstellt habt, einfach hin und her schieben. Das heißt, ich schiebe jetzt beide Keyframes näher zusammen. Somit beschleunige ich das Hineinzoomen. Ich spiele es einfach mal ab. Ihr seht, das Reinzoomen funktioniert jetzt viel schneller. Genauso könnt ihr es aber auch viel länger strecken. Jetzt zoome ich ganz langsam rein. Wir lassen es einfach mal so. Jetzt möchte ich wieder hinausszoomen in den Ursprungszustand. Das heißt, ich fahre in der Timeline an dem Punkt, wo ich herauszoomen möchte. Und setze jetzt wieder meinen nächsten Keyframe hier mit dem Keyframe hinzufügen, mit dem Kreis. Da klicke ich drauf. Jetzt habe ich hier quasi den Zeitpunkt gesetzt, ab dem ich hinausszoomen möchte. Das heißt, dieser Zustand ist immer noch 140, der hereingezoomte. Und jetzt gehe ich an die Position, wo ich herausgezoomt sein möchte, also wieder auf 100 Standardwert kommen möchte. Und setze wieder einen Keyframe, markiere den und setze den auf den Wert 100. Und wenn ich jetzt die letzten beiden Frames abspielen lasse, seht ihr, ich zoome wieder heraus. Ich lasse den Clip nochmal komplett abspielen. Ich zoome rein. Jetzt bin ich reingezoomt. Halte den Zoom. Starte jetzt das Herausszoomen. Und bin wieder herausgezoomt. Das ist eigentlich schon das ganze Zauberwerk von Keyframes in seinen Grundlagen. Wie ich gerade schon erwähnt hatte, ihr könnt jetzt die Keyframes hier anpassen von der Länge her. Wie schnell möchtet ihr rauszoomen? Wie schnell möchtet ihr reinzoomen? Und wie lang soll der Zoom-Zustand sein? Ihr könnt jetzt auch hier hingehen und einfach die ganzen Punkte verschieben, so wie ihr das braucht. Ich spiele es nochmal ab. Wir zoomen schnell rein. Und zoomen schnell wieder raus. Und haben unseren Keyframe gesetzt. Das ist das Zauberwerk zum Thema Keyframes. Ihr könnt aber nicht nur diesen Bewegungseffekt für Skalieren anwenden. Nein, ihr könnt auch zum Beispiel Logos rotieren lassen. Ich mache einfach mal ein Beispiel. Ich gucke mal, habe ich hier schon ein Bild in meiner Bibliothek? Habe ich nicht. Dann importieren wir doch einfach mal ein Bild, und zwar unser Kanal-Logo. Und das ziehe ich jetzt mal in die Timeline. Und ich möchte, dass das Logo für die komplette Dauer eingeblendet ist. Aber das soll ja nicht direkt in der Mitte sein. Ich schiebe das mal hier oben in die Ecke. Da möchte ich es haben. So, jetzt habe ich hier unten ja den Clip, den wir gerade eben bearbeitet hatten. Mit der Zoom-Fahrt. Und ich möchte, dass mein Logo hier oben in der Ecke rotiert, also sich mehrfach im Kreis dreht, sobald dieser Clip startet. Das heißt, ich gehe in dem Clip, den ich gerade bearbeitet habe, an die erste Position. Das heißt, ich habe jetzt meinen Marker gesetzt auf den ersten Frame dieses Clips. Markiere jetzt aber das Logo, was ich in meine Timeline gezogen habe. Und kann auch hier wieder über die Effekteinstellung die Bewegungseffekte aktivieren. Das heißt, ich bin jetzt mit dem Marker am Start des ersten Frames des Clips und setze jetzt einen Drehungseffekt. Das heißt, ich setze jetzt meinen ersten Keyframe, indem ich hier auf die Stoppuhr klicke. Dann seht ihr, hat sich hier der Keyframe hinzugefügt. Und hier könnte ich jetzt sagen, wie weit soll sich denn das Bild jetzt drehen. Ich setze jetzt hier oder stelle jetzt hier quasi die Grad an, in die ich das Ganze drehen möchte. Wie gesagt, ab diesem Keyframe ist mein Ausgangspunkt. Ab diesem Punkt möchte ich starten und ich sage, bis wohin soll sich das Logo denn drehen. Das heißt, ich gehe jetzt hier unten in dem Videoclip wieder an die letzten Frame, wechsle wieder in mein Logo und setze jetzt hier einen neuen Keyframe. Das heißt, jetzt habe ich hier tatsächlich in dieser Timeline genau die Zeit abgesteckt, die dieser Clip als Laufzeit hat. Jetzt wechsle ich in den zweiten Keyframe, den ich gesetzt habe von meinem Logo und kann jetzt hier sagen, um wie viel Grad soll sich das Logo denn drehen. Wenn ich jetzt hier vor zurück mache mit meiner Maus, dann seht ihr, wie sich das Logo auch dreht. Jetzt kann ich, wenn ich mit der Maus weiter nach rechts gehe, 360 Grad immer wieder voll machen und ihr seht, jetzt bin ich schon zweimal 360 Grad und jetzt will ich aber noch bis zur dritten vollen Umdrehung gehen. Das heißt, ich habe dreimal 360 Grad quasi gemacht, beziehungsweise zweimal voll und die dritte Drehung stoppe ich. Das heißt, wir haben hier unseren Ausgangspunkt, wo wir das Drehen starten und hier beenden wir das Drehen. Ich spiele das einfach mal ab. Na, das war zu früh. Wir spielen es von hier ab. Und jetzt achtet auf das Logo und jetzt dreht es sich für die Laufzeit des Clips mit dem Krebs und stoppt gleich mit dem Drehen. Noch eine volle Umdrehung. Jetzt stoppt er und das war's. Und zwar genau für die Zeit, wie der Clip mit dem Krebs zu sehen war. Das ist das, wie Keyframes in der Basis oder als Grundlage agieren. Ich hoffe, das hat euch erstmal geholfen und generell das Verständnis zum Thema Keyframes eröffnet. Dieses war jetzt quasi das Grundlagen-Tutorial zum Thema Keyframes. Ich werde in den kommenden Wochen oder Tagen nochmal ein Advanced Keyframes-Tutorial erstellen, wo ich noch weiter in Details eingehe und was für Möglichkeiten ihr habt. Denn ihr könnt, wie gesagt, das Ganze auf Audiodateien anwenden und, und, und. Ihr habt viele, viele Möglichkeiten, Keyframes zu nutzen. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Dennoch möchte ich euch jetzt nochmal darauf aufmerksam machen, dass ich noch viele, viele weitere Tutorials schon erstellt habe zum Thema Adobe Premiere Pro. Schaut doch einfach mal rein oder besucht mich auf meiner Webseite oder auf meinem YouTube-Kanal weiter, stöbert ein bisschen rum. Da gibt es noch schöne weitere Tutorials, die euch vielleicht helfen können. Nochmal, ich bedanke mich bei euch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Das unterstützt mich sehr. Und schickt mir ein Abo. Da freue ich mich sehr drüber. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank.